«Ein Haas geht nicht auf!» Erste Geschichte. Harte Wettkämpfe. Im Eigental sind die Schweizer Meisterschaften im 50 km Langlauf durchgeführt worden. Eine ganze Schuppel Marbacher waren dort. Die einen haben sich auf vorher abgemachte Pöste an der Strecke verteilt, um unsere Läufer, besonders das Op-Haas, zu verpflegen oder um einen Zeitunterschied auf etwa gleich starke Gegner zu melden. Der Rest hat mit ihrem «Heia-Heia-Rüfe» die Läufer aus unserem Ski-Club angeführt. Wir alle hätten uns natürlich wahnsinnig gefreut, wenn es den Söp endlich einmal packen konnte und Schweizer Meister geworden wäre. Schliesslich war er in den letzten Gängen bei den Besten, aber ganz das Oberstuf des Podest hat es ihm nie gelenkt. Aber auch diesmal war er schon in der ersten Runde nicht bei der Schnellsten. Als er bei uns vorbeikommen ist und die Zeit vernommen hat, hat er gesagt, er mag einfach nicht, er will jetzt aufgeben. «Nein!» hat einem einer von uns gerufen. «Du hast noch nie aufgeben!» «Aha, es geht nicht auf!» So hat er sich halt weiter über alle drei Runden gequält und ist nur im Mittelfeld gelandet. Gewonnen hat eine dünne Mast. Erst nachher haben wir vernommen, dass der Söp drei Tage vorher noch mit einer Grippe im Bett gelegen ist. Darum haben wir zueinander gesagt, so etwas machen wir nicht mehr. Zu tot hetzen wollen wir uns doch nicht. Aber etwas Gutes hat die Sache halt gleich gehabt. Der Söp ist später für das bekannt geworden, dass er nie ein Rennen aufgegeben hat, ausser er hätte einen Ski gebrochen. Punkte aufgegeben konnte man aber auch anders erleben. Am 30. Pläne hat es endlich nach einem Sieg des Söp aus gesehen. Bei einer Temperatur weit unter Null hat er schon auf der ersten Runde den Wiesl-Kähli überholt, der eine halbe Minute vor ihm gestartet war. An unserem Posten waren wir mit ein paar Ski-Stöcken parat, im Fall, dass einer bräuchten soll. Der Söp ist nur so an uns vorbeigeflogen. Ich habe ihm nachgepägt und bin ihm nachgerannt bis zu einem Wald-Ecken, wo er ihm noch ein Zeitpunkt ansehen konnte und die Vorfreude geniessen. Hinter dem Ecken war eine Poste eines anderen Ski-Clubs. Sie haben mich nicht gesehen, aber ich habe sie gekannt und gehört, wie sie geflucht haben und mit ihrem Favorit, ebenfalls ein Siegungsanwärter, nicht zufrieden gewesen sein. Als der Läufer endlich gekommen ist, ich sage jetzt nicht, wer es war, hat der Klubpräsident geschumpfen und gesagt, gib du den Wald unten auf. Am besten brichst du einen Stock, wenn niemand rum ist. Ja, so unfair geht es manchmal im Sport zu. Ich habe nichts geliebt und bin wieder an meinen Posten zurück. Wir haben unterdessen das wunderbare Wetter unter dem wolkenlosen, blauen Himmel genossen. Es ist immer wärmer geworden und der Schnee länger sind Nässer. Endlich haben wir den Söp wieder gesehen, aber er war nicht mehr so gut weg wie das erste Mal. Kurz daraufhin kommt auch der Wiesl Kärli, frisch wie ein Wiesli. Was ist passiert? Gerade nach dem Ziel ist es durch einen längeren Stutz aufgegangen. Wiesl hatte für ein bisschen wärmeren Schnee gewachst. Darum war er auch auf der kalten ersten Runde so weit hinten rein. Er wollte nach dem Ziel aufgeben, hat er nach dem Rennen gesagt. Da sah er aber gesehen, wie weit oben der Haas beständig ausgeschlüpft und mehr hinten sind als für uns gekommen sind. Ihm aber hat die Schnee gerade noch angehängt, wie man sagt. Er ist obsi wie ein Gemschi, auch wenn er zwei ungleich lange Stöcke hatte. Einer ist ihm kaputt gegangen und der Stock, den er von einem Zuschauer bekommen hat, war zu kurz. Bei uns hat er nach Stöcken gerufen und wir, wir haben ihm unser Ersatzpaar gegeben. Es hätte uns wahnsinnig weht getan und nicht alle Leute konnten es nachher begreifen, dass wir so etwas gemacht haben. Aber, sage ich selber, wer hat sich sportlicher verhalten? Der Haasöp hat hinter dem Wiesel Zölbermedeien gewonnen. Aber viel mehr haben sie am Radio von einem anderen geredet, von dem Armen, der wegen einem Sturz im Wald unten aufgeben musste und mit brochenen Stöcken ins Zöl kam. Aber gerade jedes Mal kann es doch nicht fehlen. Schon am Samstagvormittag sind wir abgefahren und nach dem Mittag zu den 50 Kilometer Schweizer Meisterschaften auf Flimsuhe gekommen. Im Hotel Waldhaus hat der Haasöp und auch die anderen Schweizer Internationalen gelogiert und für uns sind dort ein Zimmer reserviert gewesen. Am Nachmittag sind wir Ski fahren und am Abend hatten wir es noch lange lustig und morgen Rücksieg gefeiert. Nur Steffen und Gleis hatten anders zu tun. Sie haben Söp seine Ski präpariert. Am anderen Vormittag haben wir uns auf die verschiedenen Verpflegungsbüsten verteilt. Bei einem 50er muss das Verpflege ganz gut klappen, damit die Läufer nicht einen Hungerraste bekommen. Die meisten haben Orangensaft. Wenn man annehmen kann, dass der Läufer nächstens auftaucht, werden ein paar Schlücke in einen Plastikbecher gefüllt. An einer Stelle, wo das Licht nicht sie geht, macht man sich bereit. Wenn der Läufer kommt, rennt man im gleichen Tempo mit ihm, hat ihm zu trinken und während dem Fahren nimmt er ein Mauer voll und wirft nachher den Becher auf die Seite. Weil es an diesem Morgen gruselig kalt war, haben wir das Trinken in die Thermosflaschen bereit gemacht. Es hatte aber nicht genug für Alpöste. Darum haben Annemarie und Paula ihre Flaschen hohes C fest an die Brust drückt und mit der Windjacke drüber rein an der Wärme gehalten. Sie haben Spass gemacht und gesagt, das sei wie Muttermilch. Wenn da das Epp nicht gewinne, dann wissen sie auch nicht mehr, was sonst noch nütze. Ich habe mit dem Gleis auf einer bockhärten Spur durch den Wald ab an untersten Posten müssen fahren. Am Gleis als gutem Langläufer hat das nichts ausgemacht. Auch wenn er einen schweren Rucksack am Buckel hatte. Ich selber wäre am liebsten zu Fuss gegangen, so schwierig zu fahren. Aber ich habe auch die 5 Kilometer hinter mir gebracht. Der Sepp Haas hat mit dem Coni Hischier mit den Nummern 81 und 82 Doppelstart gehabt. Sie haben einander nichts geschenkt und sind auf allen drei Runden miteinander gekommen. Die ersten beiden Male haben wir normal verpflegt, aber für das dritte Mal haben wir ein besonderes Entli-Bucher-Topping parat gemacht. Ein Kaffee war es, aber nicht ein dünnes mit halb voll Trash, nein, ein brandschwarzes mit viel Zucker drin. Kaum haben wir verpflegt gesagt, der Seitegleis. Er ging jetzt den Haas steigen, ist auf einer Abkürzung im Wald verschwunden und hat mich mit dem Rucksack alleine gelassen. Ich bin noch gelaufen, bis Franz Kärli mit der Nummer 86 kam. Wiesel ist wegen den Wüstenverhältnissen in der Waldabfahrt gar nicht zum Rennen angetreten. Ich musste recht lange warten und weil Franz so alleine kam, hat er mich getauert und ich fragte ihn, auch wenn er schon nicht näher gekönnt hat, über auch einen Schluck Kaffee wäug. Oh ja, gern, hat er gesagt und einen Tauenschluck genommen. Nachher habe ich den Rucksack angelegt und auf der gleichen Abkürzung wie der Gleis den Rückweg unter die Ski genommen. Als ich wieder auf die Läupe kam, fragte ich jemanden, wie das Rennen steig. Der Haas sei etwa 100 Meter voraus gekommen. Der Hischje hatte darum einen Sturz gehabt. Diese Information war jetzt Stopping für mich. Mit grosser Vorfreude bin ich ihm entgegen gelaufen und fragte die Leute nach der Rennsituation wieder. Der Haas sei voraus heiss, das erste Mal geheiss. Der Haas werde ich auch gewinnen, das andere Mal. Als er aber das dritte und vierte Mal gesagt hat, der Haas sei zwar noch voraus, aber der Kärli sei zünftig am Aufholen, ist meine Freude langsam an einem anderen Gefühl gewichen. Am Schienan hatte Franz im Wald doch nicht so einen grossen Rückstand hatte, wie es mich dünkt hatte. Am Zill habe ich keinen einzigen Marbacher gesehen und auf der Wand an wo sie die Namen mit der Zeit aufgeschrieben hatten, war unter dem Namen Franz Kärli ein Strich gezogen. Ich konnte mir vorstellen, wie die Marbacher enttäuscht davon gingen sind, weil schon wieder jemand im letzten Moment den Meister Titel weg geschnappt hat. In mir aber hat das Herz zusammen gekrampft. Richtig Elend ist mir geworden. Hätte jetzt den Kärli noch gewinnen und ich bin die Schuld dran, weil ihn verpflegt habe. Der Weg ins Waldhaus ist mir schwer gefallen wie selten etwas. Als ich gegen ein Hotel zukam, habe ich aus dem offenen Feist die Stimme gehört, laute und fröhliche Stimmen. Ein paar davon habe ich gehört, Stimmen von Arbacher. Es klingt, wie wenn sie etwas feiern. Ich war immerhin froh, dass sie auch Freude an einem zweiten Platz haben. Auf einmal ist die Sennenglaus im Feisterrahmen aufgetaucht und hat mir mit einem Glas weit zuprostet. Ich habe nur gesagt, es ist auch schade. Was ist schade? Er zurück fragte, dass er schon wieder nicht kam. Aber er hat gewonnen, das Schweizermeister. Was willst du noch mehr? Das ist selber an das Feister schauen und ganz nervös gefragt. Was ist los? Stimmt etwas nicht? Ja, ist es wahr? Ich steigte. Bis erst. Am Ziel unten ist die Nummer 86. Franz Kähli war unterstrichen. Und weil keine Marbacher mehr waren, dachte ich, sie haben doch den Strich gezogen, weil er der Letzte war, der das Ziel erreicht. Nein, das Mal haben wir es einmal gepackt. Ich habe zwar manchmal unten durch, aber ich es jedes Mal wieder frisch probiert und jetzt ist mir gelungen. Weisst du noch, was er mir einmal an einem Rennen gesagt hat? Aha, es geht nicht auf, wie es mir gewohlt hat. Aber so richtig fassen konnte ich es nicht und ich bin meine Schulgefühle noch lange nicht los worden. Deshalb hat mir sein Bon gegeben für das Mittagessen. Er hat vor Freude aber mir ist ähnlich gegangen wie ihm. Nur hat mir die ganze Geschichte um den Meistertitel zusammengezogen. Am Nachmittag bei der Siegerehrung konnte ich mich auch richtig freuen, wo zuerst Mal ein Marbacher als Schweizermeister auf dem Podest stand. Neben zu auf dem dritten Platz war Franz Kähli. Als er vom Podest kam, hat er mich gesehen, ist auf mich zugekommen und sagte, Sie haben mich verpflegt. Ich sage Ihnen, dieser Kaffee hat mich dann aufgeklopft. Danke vielmals. Wie ist Ihr Name? Ich sagte, der nimmt euch nichts zur Sache, aber etwas kann ich ihm sagen. Ich war noch lang grauen, dass ich das gemacht habe. Er hat mich komisch geschaut. Aber ich lach und erzählt, warum. Aber das wiederhole ich jetzt nicht mehr. Das wisst ihr ja. Das Nie Aufgeben ist ganz besonders ein Jahr später belohnt worden. Söp hat an die Olympiade auf Grön Nobel durften. Für einen 30 Kilometer Langlauf sein stärkste Disziplin hat er vorgegeben. Er hatte Grippe gehabt. Aber bei der Staffel ist er so schnell gelaufen, ein richtiger Hase hat ihn nicht nahmogen. Koni Hischie war Startläufer. Er hat sich etwas überschätzt und zu lange bei den Spitzenläufern aus dem Norden mitgehalten. Er hat ihn aufgestellt und er total auspumpet als Vierzehter zum Wechsel kommen. Der Söp ist losgezogen, hat ein Läufer nach dem anderen überholt und die Schweiz auf Fünf Platz vorgebrungen. Das war aber nur ein Vorgeschmack für einen Fünfziger gewesen. Als ich Samstag in die Show ging, sagte ich zu Frau gesagt, mehr im Spass. Wenn der Hase etwas soll man telefonieren. Und tatsächlich kam kurz nach der Pause ein Telefon. Bei der ersten Zwischenzeit war er 40. Nach der Hälfte des Rennen 25. Und 10 Kilometer vor dem Zehnten. Ich sagte zu den Schülern, wer zu deutschen Fernseher bekommen, der kann nach gehen. Die anderen sollen mit mir kommen. Meine Schwiegereltern hatten ein Fernsehapparat , der wir dank einer Abstrahlung der Schratten das deutsche Programm konnte, was in Marbach selten war. Die Schweizer haben das Rennen nicht übertragen. So sind wir in den kleinen Stuben mit 15 Schülern am Fernseher gehockt. Die Einen vor dem Tisch am Boden, die anderen auf den Stuhl, die Dritten auf dem Tisch und für die Letzten haben wir noch die Poster des Cannabais hinten auf den Tisch geschichtet, dass sie über die anderen ausgesehen haben. Das war ein Lärm und ein Hallo in dieser niederen Stube, in der der Söp auf den dritten Rang gelaufen. Als erster Mitteleuropäer hat er an einer Olympiade im 50er Medaille erobert. Bis jetzt brachten das nur Skandinavier fertig. In Arbach gab es auf das einen Riesenempfang. Es heisst, es sei weit über 1000 Autodezenten buchen von Arbach Kinder gefahren. Und was interessant ist, von Söp Has hat man mehr gesprochen als von Vizuchäli. Auch wenn der sogar eine Silbermedaille gemacht hat. Warum? Vom Silberviso hatte man Gold erwartet. Aber die Leistung des Bronzenhas ist so unerwartet gekommen, dass die ganze Sportwelt noch jahrelang davon geredet hat.